wir spielen christian jay und bram in einem team gegen peter dalu und sebastian und ja wir in der letzten folge gesehen hat ist ein kleiner back am start aktuell ich bin wieder suchen zerstören auf icebreaker wir machen das diesmal so dass ich einfach auf die dass wir jetzt bis zwölf spielen wir müssen zusammenrechnen bis ein team zwölf sieger hat genau so müssen wir jetzt einfach ein bisschen rechnen das ist mega dumm aber machst nichts gegen radakrall leider wer ist das denn da kann man da ist das wasser gesprungen ich kann aufgeteilt er kam direkt auf mich zu ein wieso ist denn jetzt nur ein ding eingestellt da ist es eingestellt wenn ich tap drücke es gibt es nur eine runde das stimmt wenn wir auch ich habe unendlich viele eingestellt und das haben wir jetzt geschaffen nice und bist du unendlich kalt und noch viel weiter ok damit haben wir perfekt unendlich zu null gewonnen zum ersten mal in black ops good quasi zu null gewonnen unendlich ja guck mal hier mein team weißt du bram nullpunkte j nullpunkte 1 zu 0 für das bis sofort können wir jetzt mehr als eine runde ich muss so ein bisschen mein loadout anpassen ob ich all in gehe oder abschlussserienbelohnung muss man der killstreaks haben wir jetzt nichts gebracht ja ja das ist echt das ist echt traurig dass du das jetzt nicht hast da lu ich hatte ja auf nuke gespielt aber bei einer runde war das jetzt doof ja das spiel beginnt la 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 dass das auch immer so lange dauert ja wir machen das jetzt jungs die eine runde könnte später entscheidend sein das ist nicht immer so ja aber nein weil sie so speziell war sie war sehr sehr speziell wir können schon mal nicht mehr zu null verlieren das finde ich schon mal ein wichtiger faktor oben in den containern richtung nordost wer ist denn jetzt bei mir im team hat mich aber im wasser einer hinter uns kommt zu russ beide b beide b ok hier hol uns den sieg du kannst das jetzt noch reißen ja einen bonus für den der ihren letzten mann erwischt alles klar das ist nur Lappen sep Ich hab dich geschossen. Ja, das hab ich auch gemerkt. Facke. Bombe online. Das ist ja mega geil. Wenn du die Bombe platzierst. Kannst du auch da drüben. Der Käpt'n rutschen. Lauf weiter. Boah, Alter, ist das eine. Nasenbrecher. Aufs Näschen. Oh, guck mal, jetzt ist die Grafik hier auch mal richtig drin. Nichts zu null. Nein, nichts zu null, das stimmt. Hier ist die Grafik immer noch weiter. Der Private-Modus ist echt der Schiss. Wir wechseln jede Runde auch. Wir wechseln auch jede Runde die Seile. Das ist nicht so eingestellt. Alle drei Runden. Ladungen erlangt. Was? Achso. Kann es sein, dass es eigentlich egal ist, was du auswählst, bis auf unendlich. Und der spielt immer Standard. Also ich hatte Fein auch auf drei Runden eingestellt und das hat funktioniert. Alle drei Runden wechseln. Ganz rechts außen ist einer. Bist du bei mir im Team? Ja. Da ist einer links von uns, Christian. Da sind drei, ich glaube alle drei sind da. Der Sensorpfeil geht online. Wo bin ich denn jetzt hier hin? Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Okay, schwimm. Weißt du, die können uns hier sehen, die haben hier so einen Sensor. Ja. Ja. Können wir. Das ist ganz angenehm, der Sensor. Ach komm. Das ist mal ziemlich hart sexy, ey. Der ist richtig stark, der Sensor mit dem Wallhack, Mann. Ja, aber kannst du dir direkt wieder was gegen kaufen? Machen wir jetzt Seitenwechsel. Ja, das ist okay. Aber damit hast du den anderen einen Perk gezogen. Ja, aber find das Ding erstmal. Das Ding war genau an Peters Kopf. Wenn du Techniker bist, wird es sogar angezeigt. Okay. Ja, aber wie gesagt, das klaut dir halt einen Perk. Im besten Fall. Boah, Alter. Kritisch. Kritisch. Oh, kurz her. Oh, mein Nazi. Dann rechts außen. Oh, fuck, der ist da oben drin bei B. A oder B? Ach so, ich bin bei B. Hab ich zwei weggemacht. Nice. Bei A war einer, mit dem ich noch gefeiltet hab. Also bei dem Bombspot quasi, wo du draufklettern kannst. Solltest du mal nach B kommen, musst du aufpassen. Der B ist andere. Ja, der ist bei B. Der ist bei B. Pass aber auf, da liegen ein bisschen Minen. Du bist auf dich alleine gestellt. Hol uns den Sieg. Oder? Nee. Nein! Ich war so geflasht! Sehr gut, Sepp. Scheiße. Während ich geflasht bin oder betäubt bin, kann ich mich nicht heilen. Nee, du hast ja eine Hand auch hoch. Neutralisiert die Ziele. Du brauchst ja beide Hände, damit du dir den Schuss geben kannst. Ja. Bisschen Kacke jetzt gewesen. Wir haben die Bombe. Weil du könntest auch die linke Hand hoch halten und die rechte dann... Oh lol, da oben kann man... Stehen. Äh, das ist doch einer Sniper-Prosi. Zwei sind auf B-Seite. Warte, bin ich alleine? Ach ne. Von hin. Nice. Schönen Jungs. Knackig wie im Lehrbuch. War du der olle Sniper. Das war der, wenn die Fernleck waren. Äh, die hab ich kaputt gemacht. Der steht 2.3. Ich hab die gesehen mit meinem Perk. Für die anderen? Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Aua. Der hat zumindest schon mal keine Rüstung mehr. Das ist doch auch schon mal was. Dann kommt ne Fernlenkladung. Alter, der... Christian ist hinten durch am Snipern bei B. Der ist ja nice weggemacht, der Dude. Kommt. Das ist ein Witz. Nice. Danke Dalu. Ich hab mir fett den Arsch gerettet. Der hat jetzt auf weniger als der Rüstung. Die sind auf B, auf A unterwegs. Die waren auf A unterwegs. Richtung A. Aber immer ganz außen. Oh, das sind beide hintereinander. Dann außen wäre nicht schlecht wie jetzt. Nice. Nice. Oh Mann. Dalu ist das die Paladin mit der du spielst? Ja. Ja, die ist so One-Shot. Alles schultern und rüber. Hast du, spielst du das mit dem Großkaliber? Und dann nochmal Großkaliber drauf. Wackelt wie Scheiße. Mach dich kaputt. Mehrere feindliche Drohnen im Einsatz. Mehrere... Alles klar. Dann will ich nicht mehr hin. Dann bleib ich hier. Du bist auf die Kalleine gestellt. Hol uns den Siegen. Drohnen sind doch... Nein! Was? Hier geht's ja nach Schaden, Peter. Also... Hier geht's echt nach Schaden. Man wäre der beste... Seid zu vier in der letzten Runde jetzt. Ach, hier geht's auch nach Schaden. Ja, aber wird ja immerhin angezeigt. Hier geht's nicht nach Schaden. Achso, hier geht's auch nach Schaden. Also, die Punkte werden mit Sicherheit auch irgendwie durch Schaden errechnet. Keine Ahnung. Mach mal Grenade! Äh... Boah! Pusht unten durch. Durch unser Schiff auf unserer Seite. Da, wo ich gerade den Arsch gerettet hab. Oh fuck. Da sitzt der da. Da sitzt der da. Nur noch ein Ziel übrig. Ausscheiden. Sensorpfeil unterwegs. Das sah so geil aus mit den Fotos. Nein! Ach, ich musste die Bombe holen und... Niederlage! Es steht 3 zu 4, es steht 3 zu 5. Wir sehen uns sofort wieder. Ist das schlecht. Ich steht gerade. Ich hab schon das vergessen. 3 zu 5. Na, wenn wir jetzt alle 7 Runden holen... Okay. Boah, der mit seinem Mini-Pimmel da, ey. Aber der ist auf der Karte nicht so gut. Wieso kann ich keinen auswählen? Du kannst keine wählen, die schon genommen sind, ne? Warum? Ich kann... Nix machen. Ein Sanitäter mit einer Mission. Jetzt bin ich Crash. Alles klar. Wat? Mit irgendeiner Ausrüstung. Ich hab keine Ahnung, was ich für'n Loadout hab. Egal. Ich verteile dich das Ziel. Das wird jetzt super. Du sollst gleich wechseln, wenn du tot bist. Wo seid ihr, ihr Schlingel? Ähm. A, B. A oder B. Warte denn jetzt. A oder B. A oder B. B hinflückt. Peter noch. Obendrauf auf den Kisten. Aua. Der einer von denen ist auf dem Arm. Peter, komm. Nice. Lass nach B gehen. Nur noch einer übrig. Du weißt, was zu tun ist. Time to shine, Jay. Na ja, läuft erstmal hinten. Scheiße. Boah, wie wir nicht leben, Dalu noch hat. Ja, aber ich hab trotzdem Totenstille. Das wär ja geplant, ne? Du hättest auch Dalu fast gekillt. Also der hat nicht mehr viel Leben. Ich war noch voll. Ich bewundert halt, wie du ins Wasser gefallen bist. Na guck mal, jetzt wechseln wir wieder alle drüber. Aber er hat dann so lange gebraucht. Also ich dachte, er geht aus worum. So. Wieso war das hier gerade so rot? Bomb ist B. Bram mit der Paladin auf B. A. Bomb ist immer noch B. Der Bram, denke ich, verteilt hier Hedda. Der Bram verteilt hier Hedda. Sehr gut. Der Bram verteilt hier Hedda. Da muss ich was wechseln. Dalu fehlt noch scheinbar. Oh, ich war. Ich dachte, er war zu Ende. Ich war in der Base noch. Entschuldigung. Achso. Der ist bei uns. Dacht ich bin schon fast. Hedda ist aber auch den kurzen Weg genommen, ne? Oh, die Zeit wird knapp. Von hinten. Also spawn. Von vorne. Von sich. Spawn von sich. Ach, schade. Schade. Oh, Alter, ey. Moment, ey. Ich bin noch nicht drin in Black Ops, ey. Definitiv nicht. Jeder Kill ist ein Kampf. Ja. Oder Krampf. Ich bin noch nicht so sicher. Ich wollte doch sagen, hier ist jedes Mal ein Kampf, aber... Ja, aber halt so... Ist so easy alles. Du hast Krampf im Finger. Ich hab keine SCAR. Bereit zum Starten des Sensors. Weil die ICR doch echt gut ist. Sensor Pfeil los. Gibt Waffen die... Hallöchen. Und auf A. Zwei. Oh, du hattest zwei Treffer da ausgehalten, der da. Du ist auf B mit der Bombe. Holter. Wo ist der? Von dem Stift drin, Alter. Ah, in der Base. Hast du ihn? Nee. Nice. Ich hab damit gerechnet, der Doppel von... Jetzt klingt es nur noch... Profit echt stark mit seinem... Mit seinem hier... Kleinen Wallhack. Oder seiner kleinen Mini-Drohne. Schalte das Ziel aus. Zumindest hier für unseren Modus, natürlich. Wir haben die Bombe. Jetzt steht aktuell... Vier zu... Sieben. Das ist... B. Oh Gott, das sind zwei! Keine Scheiße. Wie leise war das denn? Einer ist oben bei diesen roten Fässern. Einer ist unten im Wasser. Ah, der ist direkt aus. Der ist fortgeschaltet. Der ist fortgeschaltet im Wasser. Ja, beide bei B. Scheiße. Voll in die Zamba! Aber der Rackman hat auch so'n Wallhack-Ding. Ich hab euch da auch so'n Ding geballert. Das willst doch nicht du sein. Teammates, konntet ihr die auch sehen auf der Map? Ja. Ja, auf der Map haben wir sie gesehen. Zerstört die Ziele. Feindliche Fernlenkladung im Eitergebiet. Aber das dauert so lange, bis das eingeschaltet ist. Oh mein. Bombe erlangt. Fernlenkladung. Guck mal her. Das ist keiner, lol. Nice. Da kommt sie angefahren. Ach kacke. Zwei Hände im Spawn. Ich steh mich da mit der Fernlenkladung. Nee, ich kann mich in die Tür halten. Ey komm, du willst mich verarschen? Kannst springen mit dem Ding, wa? Ja, aber ich sah aus, dass wenn das passen würde. Oh. Krass, wie steh ich da wirklich an und da. Einer ist in meiner Mine bei A. Wer ist hier am Spawn? Wer ist down? Das war Christian. Oh wir werden so hoch rasiert. Scheitern wird nicht bezahlt. Zurück an die Arbeit. Bin ich ja auch nicht. Ja. Das willst ja nicht du sein. Wer will ja nicht. Lachen wir jetzt am Spawn stehen? Hallo? Feindliche Drohnen über uns. Lachen wir jetzt am Spawn stehen? Hallo? Jetzt haben wir die am nächsten Drohnen wieder stehen bleiben. Haben wir gerade zwei Drohnen gleichzeitig gezogen? Feinde haben mehrere Drohnen eingesetzt. Ja, zwei Drohnen hält besser, sag mal. Ah, kacke Christian, das ist auch mein Brot. Das ist ja noch ein, hä? Wieso bist du, hä? Ich hab so schnell von hinten über den Spawn ist der gekommen. Bin nicht, also ich bin direkt durchgerannt. Alter. Was? Nur noch ein Ziel übrig. Ausschalten. Da war so momentan eine Teleportation, ey. Alter. Als ob der das gesehen hat. Bombe aktiv. Dados Charakter klang gerade so, als wollte er richtig hart kommen. Meine alte klingt immer so, als wenn die richtig hart gerade gewankt wird. Neuen Stahl ist einsatzbereit. Ah, schade. Wärste da noch in das Loch reingefallen. Das war Kreuzvoll. War schön. Ruhig. Wir sind noch nie fertig. Ist ja eine schöne Ansage. Fünf zu. Neun. Das Ziel beschützen. Schaffen wir Jungs. Von euch. Deredeledel. Deredeledel. Deredemedel. Die letzte, ne? Voraussichtlich. Das wäre so witzig, wenn er da irgendwann einmal... ... bis in der Mitte. 그림 heterh Benny, der ist wahrscheinlich wieder voll ein. bisschen ist auch hinten durch noch da war noch was in der mitte los aber da habe ich nicht gut geschossen da war mein fehler oben im schiff oh nein hinter mir 3 zu 4 macht sogar so warum sechs zu neun doch ne sechs zu neun deswegen was muss ich denn machen dass ich war sie bei der battery wenn ich die wähle die clustergranate habe wie sie als second fähigkeit hat muss man den ausmussungslots frei haben ach der muss einfach nur frei haben ja und das kann davon der nix hin das steht aber auch dabei und zerstören da war es immer bei dem scope wo man zwischen dem 1,5 und 3er hin und her schalten kann wie man da hin und her schalten äh ne aber das wäre eine gute info weil es fängt echt gut also theoretisch geht das auf jeden fall was ist denn im schiff was und dann im schiff oh ja oh 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 gerettet. Oh nein der ist da. Der ist im Wasser einer. Der ist nur zwei Leute bei A oben. Der eine war unten im Wasser. Nur ein feindlichen Soldat. Der plätschert hier rum. Ey, das ist potenziell kein Feind. Doch, doch. Dalu ist das eine weise Entscheide. What the fuck? Komm her Sepp, komm zurück Sepp. Boah scheiße Alter. Warst du direkt neben mir die ganze Zeit? War genau um die Ecke. Alter hab ich mich erschrocken. Was war denn Dalu? Ich hätte Trip Eier gelegt. Oh nein, ich wollte Jay haben. Ich dachte aber mal, ey. Ich kann snack. Ich hab mir ja schön hochgesprungen für Christian. Ja moin Alter ey, komm schon. Ja, die Flash. So ein Quatsch. Der musste hier auch von uns gewerfen. Voll die Flash in die Fresse geworfen. Das ist jetzt scheinbar. So ist er noch die Bombe gehabt. Ja, die Bombe ist bei B. Zepp hat die gehabt. Extra das Ding auf die Nase geworfen. Oben auch ein Spot drauf. Bei ihm drehen das Sporn. Ich verarsche halt ein bisschen. Jay ist ja durch die Gegend. Das ist schon mal schön. Na Peter, der fährt gerade an dir vorbei, ne? Mann du Scheißling. Ja komm, jetzt musst du explodieren. Du bist doch ein Arsch. What? Oh, Alter. Wieso kann man hier eigentlich nicht mehr einstellen, dass der letzte Kill nochmal gezeigt wird? 7 zu 10. Das Spiel ist neu Peter. Man kann ja auch nicht einstellen, dass man zwölf Runden spielt, also. Ja, kannst du einstellen. Macht der nur nicht. Möcht das Spiel aber nicht. Aber, aber. Oh, Alter. Ich hab Ramm voll in den Rücken geschossen, glaub ich. Mitte ist Darlow. Mich dabei selber kaputt gemacht hat. Fuck. Die Schrotflinte auf die Distanz fütte dich nicht. Also nicht mal Ansatz. Ne, die Schrotflinte ist nicht so stark wie im Blackout Modus. Das hatte ich eben auch schon. Also die Secondary Schrotflinte da. Der hat nur seine Rüste verloren. Jaja. Du hast mir auch Damage gemacht. Zwei unten im Wasser. Zwei unten im Wasser. Haben wir 150 Leben oder? Ja. Dann hast du mir noch zusätzlich 80... Abgeschossen. In der Mitte, in dem Mittelteil vom Schiff. Ja. Ah ok. Ah, tropfen zu wenig. Will ich jetzt safen? Keine Ahnung wo die sind. Bombe online. Ah, außen. Ah, Hade. Nice. Huh. Ok. Jetzt konnte ich sehr, welche richtig gerechnet habe in der letzten Runde. Wenn wir gewinnen. Sechs. Ne, sieben. Ne, sieben. Ich weiß selber nicht mehr. Doch, sieben zu elf. Weg. Sieben. Ja, sieben zu elf genau. Meintliche Fernlenkladung entdeckt. Über sind sie enthält. Oh, durchs Wasser kann man nicht. War schon mal gelernt. Ich hatte ja nicht auf die Ferndenkladung gewartet. Na, ich auch. Aber hat nicht nur JD? Na, ich hab die auch. Ey, ihr habt ihr nen Hit gegeben bei B auf deren Seite. Ich hab doch nen Hitmarker. Ich war Leute auf B. Ja, du hast mir auch Fragen gemacht, aber ich kann sie erzählen. Das ist Rüppchen. Bei uns. Bei uns zum Spawn. Geht vielleicht zum Wasser. Ja. Weiß halt nicht wo die Bombe ist. Zurück gekommen. Feinde am Boden. Nur noch ein Ziel übrig. Ausschalten. Topp! Jawoll! Wenn wir vorher schießen müssen, dann käften wir nicht mit einem. Ja, das ist doch so ne Gewohnheit. Okay, schade. Wir haben leider verloren. Aber nicht zu null. Und das war's mit dem Battle. Wir haben zu zwölf haben wir letztendlich gespielt. Kein Team Damage übrigens. Echt, keine Ahnung. Irgendwie die haben gewonnen. Ciao. Sieben zu zwölf. Schade ey. Sieben zu zwölf? War es sieben zu zwölf? Okay, sieben zu zwölf. Tschüss. Ciao. Tschau. Tschüss. Das hat weh getan. Oha. Tschüss. Tschüss.